Willst du Fotos machen? Kannst du posten? Ich will noch ein Drink. Alter, guckt mal, guckt mal. Laura. Hallo. Was macht ihr gerade? Habt ihr eure Tickets vor zwei Wochen gekauft, wie ich es gesagt habe? Nein. Welche Plätze sind besser? Die im Rang oder im Parkett? Hey Mitch, wer ist denn dein Kumpel? Wer ist das? Ich hab versucht den rauszuschmeißen. Können wir den irgendwie loswerden? Keine Ahnung. War halt die ganze Zeit da? Ist bestimmt nur ne Störung. Die Störung hat gerade geschrieben. Wer macht das? Das ist Lauras Account. Wer hackt den Account von ner Toten? Vielleicht ist es ja Laura. Na gut, alle Hände nach oben. Wer macht das? Oh mein Gott. Leute, jetzt mal echt. Wer hat das Video gepostet? Ich war's nicht. Aber einer von uns war's. Wer ist da? Schließt die Tür ab. Schließt eure Türen ab. Versteht dich. Warum zeigst du das? Ich wollte das nicht, ich schwör's. Ach, du schwörst es? Mann, was ist da los? Was ist das? Ken, sprich mit uns. Ken? Was ist los? Ich muss sofort hier raus. Nein, 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 er bringt dich raus. Ich hab ne Knarre, hör los. Komm, zieh der Typ runter. Nein, nein, nein. Das wird richtig witzig. Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte. Du bist wie ein Geschoss.